Ja Leute und willkommen zu meinen Leuten wieder auf dem Kanal. Heute mit Tantan, Salo und Tjango. Tantan und Salo haben einen YouTube-Kanal, Tantan, Salo und Chaoskiller. Ich werde sie beide verlinken. Guckt euch auf jeden Fall vorbei und lasst ein Like da und ein Abo. Jungs, ich erkläre euch kurz die Regeln von Mörder. Also es gibt jetzt eine Baupump hier irgendwo drin, in dem Kasten. Und der, der sie bekommt, ist halt der Mörder. Der hat jetzt eine Snipomini-Minister und die muss halt irgendwo verstecken an die anderen Leute, die man halt killen will. Und wenn die Leute die Snipomini schon gefunden haben, müssten die halt hier von diesem Tor aus raus, von diesem Geisterhaus. Ja und das waren die ganzen Regeln. Eigentlich ganz easy zu verstehen. Und ja, auf drei dürfen wir anfangen zu looten. Eins, zwei, drei. Ja okay, die Pump ist weg, die Pump ist weg, Jungs. Okay, alle gehen in ihre Boxen rein. Okay, ich bin ja die. Los, kommt alle, alle, guys, let's go! Jo, wir betreten es gleich aus! Oh, ich hab voll Angst, Digga, hier können alle der Mörder sein. Gebt mal weg von mir. Ja, Digga, geht mal weg, ich hab voll Angst, Digga. Junge, Digga, ich hab ein paar Folgen für mich da. Sulle, 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 Sulle. Digga, Junge, was ist ja auffällig, also hier drei verfolgt mich einfach, Digga. Folgt mal an den Sulle. Was ist das? Oh Gott, Sulle, Jungs, was folgt ihr denn? Ah, aber Sulle, du darfst erst die Leute killen, wenn du deinen Schlüssel versteckt hast. Junge, was ist, warum soll ich meinen Schlüssel verstecken, weil ich nicht der Mörder bin, Digga? Oh, Gott, ich hab sie geschickt, ich hab sie geschickt, ich hab sie schon lange angeht, Alter. Scheiße. Jungs, komm alle raus, ich komm alle raus, ich vorde mir da um Kicke, komm alle raus, komm alle raus, fuhl, fuhl, fuhl. Ich schwöre, ich wollte nicht, weil wir raus, Patrick, Alter. Jungs, komm, Jungs, wir suchen jetzt nochmal den Mörder aus, weil wir gesehen haben. Unser Mörder, den wir gerade eben hatten, war nicht der Gluck und hat einfach die Pappe rausgenommen. Oh, die Luft, die Luft. Ja, die Luft, die Luft. 3, 1, 2, 3. Ah, die Pappe ist weg, die Pappe ist weg. Der Junge geht in einen Kasten rein. War da überhaupt eine drinnen, Digger? Ja, da war eine Pappe drin. Glaub ich. Also eine Pappe. Ah, Sülle. Wie glaubst du also? Ja, ich bin auf die Lüge. Jetzt kommt Ali rein ins Geist raus, Digger. Oh, mein Gott. Hey, schütt mal. Kommt, Ali, kommt, Ali. Ich muss erst mal hier laufen. Ich hab voll Angst, Digger. Voll fühl ich so, Digger. Oh, Sülle ist, Sülle ist, Digger. Mach's nicht so auffällig, Sülle. Mach's für auffällig. Ja, Digger, er hat sich schon verraten, Digger. Einer ist außerhalb. Einer ist außerhalb. Wer? Einer ist außerhalb. Ja, aber der hat noch was gemacht. Ja, warte, ich brauche, ich brauche die Steine ab. Jungs, Digger. Hallo, Sülle. Ihr verfolgt mich voll. Ich hab voll eins verfolgt. Nein. Warte, in Schiff, komm, fast nicht. Du bist jetzt mal, ich hab keine Zeit mehr gemacht. Oho! Ich hab gleich zu sagen, du bist fertig. Was ist ein Nisse, Digger? Du bist ein Nisse. Du bist ein Nimes, das ist ein Nies. Es ist ein Nien. Ey, jungs, jungs, jungs. Das ist ein Nies. Tango ist ein Nöder. Mit dem Nies, soll ich mich zu müssen... O Chris, du bist ein Nien. Oh, mein Gott, du bist glücklich. Ja, du bist glücklich. Dann ist ein Nies. Du bist glücklich. 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 Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Chocot geschlagen, Chocot geschlagen! Der ist doch, der ist doch! Der ist doch geschlagen! Oh, ich fühl's, ich fühl's! Hä, ist der Schlüssel eigentlich schon versteckt? Ja, der ist schon versteckt! Oh Gott! Oh Gott! Wenn der Schlüssel nicht versteckt ist, dann kann er dich alles tun! Ich hab voll Angst! Oh Gott! Oh Gott! Ey, hast du schon den Schlüssel nicht versteckt? Nein! Sie sind versteckt! Sie sind nicht versteckt! Herr Schaus, Sie sind versteckt! Sie sind versteckt! Nein, das ist wirklich ein Güter! Oh mein Gott. Ey, das wäre so lange, sondern da kann man so gut verfolgen. Ich bin ganz einfach hier. Das ist das, ihr seid ihr seid. Ich bin ganz einfach, wenn du die Pumpe rauskommst. Ich bin ganz einfach, wenn du die Pumpe rauskommst. Ich bin ganz einfach, wenn du die Pumpe rauskommst. Hey, hier ist der Hobby! Komm mit, komm mit! Der ist da, der ist da, der ist da! Der ist da, der will sie nicht sehen. Da kommt, da kommt, da kommt! Geh' chose, die, ja nicht. Angetake! 기가 in der cauliflower. Sehr Ready? Furen, die sind sie. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Gewand! Komm doch mal, ich weiß nicht! Das ist so easy! Ich mach bitte so voll aus... Digga, ich mach mit dem voll aus korrekt! Such mit dem Muli und so! Junge, geh mal! Schick nicht mehr! Ach so, du? Junge, ich mach mit dem voll aus korrekt! Oh mein Gott, Digga, ich hab mir gedacht, nein, Alter! Äh, und heute ist es das war's mit der Filme, weil du mein Gott mit, äh, Gott mit Mörder, bis zum nächsten Mal! Und? Mai! Aber dann bleibt nicht vergessen, bis zum nächsten Mal! Ciao!